So Leute, was geht ab? Öl am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seid... Junge, wie lange kannst du das? Ja, übertreib, Junge! Junge, wie lange? Oh mein Gott. Oh shit. Ja, ich freue mich sogar, dass Nebelix mit dabei ist. Bei dir weniger, aber ist ja auch eine andere Geschichte. Was machen wir heute überhaupt? Wir machen heute mal eine Try Not to Love Edition, also Fortnite Edition, in der wir einfach uns lustige Clips von Fortnite angucken und probieren nicht zu lachen, Leute. Und der, der zuerst lacht, der hat verloren. Wir haben das Ganze ja schon mal gemacht. Das kam überkrass an damals. Und da dachte ich mir, haust du einfach noch mal eine Folge raus. Bist du bereit? Ey, ich bin bereit, aber ich muss nicht lachen. Also ich mache wirklich serious jetzt, ne? Ja, ich mache auch komplett serious. Was ist denn, wenn ich jetzt 10 Minuten nicht durchlachen muss? Wenn du gar nicht lachen solltest, kriegst du bei der Gamescom einen Keks. Okay. Das ist ja der Wahnsinn, Alter. Also bei so einem Gewinn. Ich denke an was Trauriges. Ich denke an was Trauriges. Ich denke einfach an dich, mit Trauriger, ekliger Mensch, Alter. Jetzt mach Go hier, aber zackig. Wir fangen direkt an, Nigger. Let's go. So, das geht's. Nebelix ist ready. Ah ja, by the way, Nebelix macht auch mit, ne? Wenn der einmal nebelt, direkt verloren. Ja, okay. Ich sag's nur. Was ist das für ein Typ, Digger? Hallo, wäcki, wäcki. Nebelix muss lachen, Digger. Digger. Okay, ne? Ne, das ist Bot. Wake up. Der macht wahrscheinlich... Oh, oh. Das ist not wake up. Das war gerade schon hart. Das war schon richtig hart. Ich mach die Mütze an, die Mütze. Ich feier diese Füge so krass. Oh, shit. Das hört sich gar nicht mal so scheiße an. Alles geil. Aber wie kommt man drauf zu rappen, wenn man ne Runde gewonnen hat? Ja, freut's dich so, Mann. Ja, ist uns ein Element. Tschüss, Digger. Besser als Kapital, brach. Ja, reicht doch jetzt langsam. Er macht kompletten Fortnite-Song. Aber der Typ ist richtig witzig. Oh, da ist er wieder. Hä? Wie ist er jetzt gestorben? Von Sub-Commander? Ich hab auch nicht gesehen, dass es geschossen wurde. Der Typ ist so schlecht. Das Golf-Card ist jetzt alleine hoch. Ja, ja. Das war echt krass gewesen. Das war Momo in Fortnite. Aber richtig, Junge. Lol. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yeah, wie krass. Das hab ich noch nie gesehen. Das ist voll die gute Idee. Das finde ich krass. Oh, der geil fand ich komplett Team easy auseinander. gelaufen. Lol. Ey, auf die Idee bin ich schon gekommen. Aber gut, ich laufe mal nie mit diesen Granaten rum. So. Ja. Du kannst doch nix. Was macht der? Ach, lol. Der hat ganz viele Fallen, ne? Noch eine? Nee. Oh. Was sind das für welche? Scheine richtige Pro-Gamer zu sein. Und er lockt. Was sind das, hä? Und dieser Blick so, hä? Seid ihr dumm? Hä? Guck mal, der hat sogar den Besucher gehabt. Alright, Lego. Lego. Der hat Radio angemacht. Voll geil, ne? Voll geil, ne? Äh. Well, I'm the best driver in every game I play. Ja. Hands down, dude. Äh, okay. Yeah. Oha. Der war nicht schlecht. Ein Burst. Hä? Ey, warte mal. Das waren zwei Kills. Lol, das waren Double Kills. Oh, hö. Mega-Falle. Ich find's so schlimm, wenn ich das schon hör und dann trotzdem rein renn. Guck mal, der tanzt, hinter. Das, aber das fangt doch ab wirklich jetzt ohne Sprache. Guck mal, wie ausrastet. Ja. Ja. Weil der tanzt. Der hat dieses Orange Kid. Oh. Der macht wirklich alles. Disrespect. Ja. 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 Ich schreibe ihn auch hier den. Sidions der dritte. Ja. Ja. Jawoll, Diggel. Ja. 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 Was? Das ergibt aber so keinen Sinn. Das hab ich auch nicht verstanden. Probier das aber nicht aus, wenn ich das mache. Locker, wenn ich das mache, ich sterbe. Das ist bestimmt den Heftigsten. Irgendwie feiern den Typen so hart. Warum sind sie Gottes? Oh mein... Oh mein... Weck gelasert. Oh mein... No chance, Bro. Try it later, Alligator. Da ist wieder der Ding, als wenn jetzt alle holen. Gratios. Oh, 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 oh. Oh! Oh, shit! Oh, oh, oh! Oh, shit! You just got trapped. What? Now look at that... Das war nice. Digga, der war richtig nice. Das war echt nice gewesen. Wenn jetzt der andere auch noch runterfällt... Der Typ ist King. Nee, holt er nochmal, glaub ich. Ja. Oder? Ja. Oh, korrekt. Respekt, Digga. Also... Muss man erstmal hinkriegen. Ich feier auf diesen Twist-Tanz und wär so geil. Guck mal, der Typ fühlt richtig, Junge. Guck mal, der Typ fühlt richtig, Junge. So, weiter geht's. Oh, der spielt schön. Auf, ganz chillig. Oh! Von wo? Oh, schön! Das war gerade... Lol, also... Ach so. Ich seh schon, komm. Hä? Lol, die raffen's nicht. Oh, Dicke! Oh, Dicke! Oh, Dicke! Das war edel. Der war echt krass gewesen. Was machen die da? Warum? Hä? 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 Ist der Typ dumm? Oh mein Gott. Ich versteh's nicht. Okay. Ha, ha. Nullsinn. Ha, ha, ha. Das war lustig. So, ich wette, der trifft jetzt zum Schluss. Tim hat einfach mit seinen... Gediegener Kill. Und jetzt wird natürlich gerusht. Oh, Dicke! 17 HP. Der war ja so hart drauf. Der war ja so hart drauf! Oh! Lol! Der war nice! Lol! Der war nice, Dicke! Oh! Bis zum Ende der Map! Oh, Battle is real! Oh, shit! I have no map! Lol! Wait, what? Oh! Oh! Oh, my God! Macker! Der Typ ist halt auch gestorben! Der Typ ist halt auch weiter runtergefallen ist! Ja! Alter, was ein Lack! Lol, das war der krassste Wind, den ich jemals gesehen hab mit, Alter! Was ein Lack! Als ob er trifft! Guck mal, der Noscope einfach! Er hat getroffen! Als ob! Wenn er jetzt nen Kill macht, Noscope, rast dich aus! Oh, my God! What?! Das kann nicht real sein! Der Typ ist auch krank, Dicke! Ja, aber, LoL! Was ist das doch wie so ein Lotto-Gewinn eigentlich, ja? LoL! Look at his window! He made a fort! Oh, my! Hey, Schnoll! Kann mir keiner erzählen! Halt! GG, Alter! LoL! Oh, my God! Oh, my God! Komplett auseinandergenommen! Shit! Nie im Leben! Hey, was war das? Ich liebe diesen Typen! Ich liebe diesen Typen! Okay, zwei Leute! Dauert der Hütze auf! Poor guy! Tag! Und der Nächste! Auf entspannt! Junge, ich will diese scheiß Achse haben, Digger! Auf GG-Basis! Dieses Regenbogen-Achse? Ich hab's nur noch nicht gesehen! Ich hab's nur noch nicht gesehen! Nein, du ein Nu bist! Oh, shit! Ja, aber ich würd sagen, die Challenge hier hat ganz klar Nebelix verloren, oder? Nebelix! Nebelix, du Opfer! Sag was! So ein Scheiß! Er ist traurig, Digger, dass er verloren hat! Er ist traurig! Na ja, wie viele Likes sollen wir denn auf das Video hier schaffen? Was sagt er? Nebelix? 15.000! Oh! Oh, Digger, ich weiß nicht, wie er es schafft, Digger! Keine Ahnung! Was hat er denn gesagt? Puh, Digger! Kann ich dir jetzt sagen! Ja, wir werden's ja dann sehen! Zu krass, Digger! Ich werd's ja beim Schneiden dann sehen! Ich bin mal gespannt, ob ihr das hinkriegt, Leute! Deswegen, ja! Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat! Schaut auf jeden Fall auch bei Philipp vorbei! Vor frechen Fortnite-Videos! Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim nächsten Video! Und haut rein! Wir sehen uns! Und Peace! Ciao, Leute!